Hallo zusammen, mich ist wieder heute, ich bin da für euch in Dragonflight unterwegs und soll ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein Toy, das wir hier in der neuen Zone aus Patch 10.2 uns holen können, das mag grüner Traum und dort sind wir ein bisschen erhöht auf den Koordinaten 47, 34 und dort können wir hier an dieser Wurzel, also ihr seht da unten ist dieser Wasserfall und hier haben wir so eine Wurzel ein bisschen weiter oben, können wir hier einen Schatz öffnen, den habe ich gerade schon aufgemacht und dort haben wir dann den Eulenpfosten drin und den können wir einmal lernen und uns das Ding auch anschauen. Was macht das? Platziert einen Pfosten, damit sich die Eule in der Nähe ausruhen können. Okay, das machen wir jetzt mal, gucken wir mal wie das aussieht. Also das ist jetzt hier ein bisschen schräg, aber hier seht ihr, haben wir den Eulenpfosten und oh, schau mal, unten ist auch eine kleine süße Eule dran. Gehen wir da mal ein bisschen näher ran, blenden wir das Interface mal aus. Also seht ihr, da haben wir schon mal eine Eule sitzen und oben haben wir noch eine. Ja, ist schon ganz cool animiert und nebendran schläft noch eine mit ein paar Blümchen. Macht auf jeden Fall was her, das Ding. Interagieren können wir leider nicht mit und so wie ich sehe, verschwinden die Eulen gerade alle nacheinander. Ah, jetzt ist es auch weg. Gut, das Ding hat eine Abklingzeit von eine Minute und ja, nach so etwa 30 Sekunden sind jetzt leider die Dinger verschwunden, aber es ist ein relativ cooles Toy, muss ich sagen. Gefällt mir sehr gut. Juti, dann sind wir eigentlich schon durch mit dem kleinen Toyguide. Ich fliege jetzt mal noch einen Ticken raus, dass ihr seht, wo wir uns befinden. Also seht ihr, da haben wir den Wasserfall und hier oben ist das Teil drauf. Gut, das war's mit dem kleinen Toyguide. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Taylor, bis zum nächsten Mal. Ciao.